Ja, wunderschönen guten Tag, Leute. Ich muss mal ganz kurz eben so ein kleines Zwischending reinballern. Ich habe gerade was entdeckt, das kannte ich bisher nicht, und das nennt sich ASMR. Ich habe keine Ahnung, was das ist so richtig, und dann habe ich da mal reingeguckt, weil ich das irgendwie überall gelesen habe. Und das sind Leute auf YouTube, die machen Geräusche. Und zwar völlig sinnfrei. Ich habe eine Frau gesehen, also erstmal sind diese Mikrofone extrem empfindlich eingestellt, und dann habe ich eine Frau gesehen, die hat saure Gurken gegessen. Ganz, ich verstehe es nicht. Sie isst diese saure Gurken, und bevor sie das erklärt hat, hat sie die ganze Zeit das gemacht. Und das war extrem laut. Und anscheinend soll das entspannend sein. Es gibt ganze Kanäle damit, ich dachte, okay, das ist einfach nur eine Verrückte oder so. Äh, äh. Das ist ein big thing. Und dann habe ich mir da ein bisschen mehr von angeguckt, weil ich das nicht verstehen konnte. Und ich verstehe es immer noch nicht. Da gibt es ganze Kanäle von. Die machen nur sowas. Und das ist völlig verrückt. Da ist dann einfach irgendjemand, und dann wird da ganz leise geflüstert. Und dann klopfen die auf Sachen rum. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Anscheinend ist das entspannt. Ich finde das einfach nur völlig durchgeknallt. ASMR. Was? Leute, könnt ihr mir das erklären? Ich check's nicht. Okay, das musste aber ganz kurz eben zwischendurch sein. Macht es gut. Ahoi.